Ja, wenn man denn mal sieht, jetzt hört man hier immer Friedrich Merz. Wo kommt Friedrich Merz her? Er war bei BlackRock, größter Finanzkapitalist der Welt. Und die CDU, das ist jetzt der stärkste Mann, hat noch nie eine Wahl gewonnen. Und der wird jetzt hier zum Kanzlererhalter. Eigentlich müssen wirklich sofort neu wahlen. Und da wird die SPD auch gravierend verlieren. Das will man jetzt vermeiden, um hier die AfD an dem Höhenflug zu hindern. Aber ich habe die große Befürchtung, dass das nicht klappen wird. Mit selbst wenn die das machen sollten, die Ampel verliert weiter an Zustimmung. Und hier auch die GroKo, die wir ja unter der C-Pandemie auch schon hatten, mit verheerenden Folgen, wenn ich dann denke, wie man hier die Nicht-Geimpften behandelt hat und gegen das Grundgesetz, Demonstrationen, Meinungsverbot und Ausgangssperre und Hass nicht gesehen. Das haben die Leute angeblich alle schon vergessen. Der Einzelne, der abgestraft worden ist, ist Armin Laschet. Den hat man da abgespart, weil er da beim Hochwasser da ein bisschen gelacht hat. Und den wollte man nicht, den hat man medial platt gemacht. Aber jetzt hier ist die Medien, keine Ahnung, wie die jetzt darauf reagieren. Ich bin mal gespannt. Und die haben ja die vierte Macht hier im Land. Wenn die alle die Füße still haben oder alle mit diesem einverstanden sind, hier kleben die Personen an ihren Machtstühlen. Das ist unfassbar. Es tritt überhaupt keiner mehr zurück. Keiner nimmt die politische Verantwortung. Wie jetzt hier unsere Nancy Faeser verliert die Wahl da in Hessen haushoch und bleibt trotzdem noch Innenministerin und zieht da keine Konsequenzen raus, weil das zwei verschiedene Tätigkeitsfelder sind. Unfassbar. Aber wie gesagt, schreibt ihr mal eure Meinung da rein. Teilt das Video. Wie findet ihr den Vorschlag? Jetzt hier mit der GroKo, mit Friedrich Merz als Vizekanzler. Mit den Themen der AfD. Unfassbar, wie sich das alles hier zuspielt. Was hier alles für Möglichkeiten passieren. Aber der Auskrieg wird alles übermalen, umändern, wird alles umstoßen. Davon bin ich felsenfest von überzeugt. Weil er jetzt auch schon zweiter Flugzeugsträger unterwegs ist vor die israelische Küste. Und das machen die nicht ohne Grund, weil die große Angst haben, dass jetzt hier Iran auch Israel beschießen wird. Weil das sind ja auch die Sunniten und Schiiten. Ja, die Schiiten sind wohl mehr. Und die Sunniten, das sind glaube ich die Saudi-Arabies. Und die Schiiten sind dann oben Irak und Iran. Und die sind sich ja auch feindlich gegenüber. Und dann noch on top unten drunter noch Erdogan mit den Türken. Das wird da richtig brodeln. Und wir als Christen und das Judentum, unfassbar, wir haben da echt jetzt einen Glaubenskrieg. Der Heilige Krieg von den Kreuzzügen vor 1000 Jahren haben wir jetzt wieder in 2023 in einer ganz modernen Form mit Raketen, Atom-Urbooten, Atomwaffen. Wir können den Nahen Osten da viermal auslöschen mit den ganzen Ölfeldern. Ich weiß nicht, wo weit das hier eskalieren könnte, aber wie gesagt, da mache ich nochmal ein Video zu. Und heute wählt man Polen. Mal gucken, ob die PIS-Partei dranbleibt. Wäre auch nochmal ein Video, ein kurzes, wie da die Wahlen da ausgeht. Ich bin da nicht so ganz im Thema. Müsste ich da mich ein bisschen einlesen, welche Parteien da zur Wahl steht. Tusk und die PIS-Partei. Besser, also wir haben Geister, wir kennen den Namen, kommen jetzt nicht drauf. So ein L-Tower, ich will jetzt nichts Falsches sagen, auch mal ein Cut. Ich muss mich da ein bisschen einlesen, damit ich auch die Namen dazu ordnen kann und hier nichts Falsches erzählen. Also dann bis dann. Danke fürs Video und teilt das Video, like da lassen. Ja, bis zum nächsten Video. So, hier bin ich jetzt auf dem Merkur.de. Und da ist jetzt die Überschrift, wie ich gerade sagte. Wilde Gerüchte, Scholz liebäugelt mit Koalitionstausch. Einzige Chance, Neuwahlen zu vermeiden. Ja, und natürlich auch den Höhenfluch der AfD zu meiden und wieder zu senken. Wenn man jetzt hier, ja, auch die FDP zerlöst, wäre dann vielleicht auch erlöst, würde man vielleicht auch retten. Weil die darf ja da nicht mitregieren. Besser nicht regieren, um nachher weiter im Bundestag zu bleiben. Da geht es alles hier um den Überlebenskampf. Die Grünen haben noch sicherer 15 Prozent oder liegen über 10 Prozent. Aber das ist die Frage, wie lange noch. Aber die haben ja wohl ihre Stammbäler. Aber SPD hat ja auch ganz klar verloren. Muss man ganz klar mal sagen. Also hier, die Nachricht ist von heute, 12.13 Uhr. Und wir gehen mal in den Artikel rein. Ich lese mal hier vor. Da hätten wir das Gleiche wieder in Grün wie bei der GroKo mit Olaf Scholz und Angela Merkel. Das ist wieder das kleinere Übel. Und sieht man nur, wie man uns in der C-Pandemie behandelt hat. Katastrophal. Es wird sich, glaube ich, dann nicht viel ändern. Und stellt euch mal vor, Kiesewetter als Außenminister oder der prästorische Weibverteidigungsminister, der wird der Kiesewetter Außenminister und Gott bewahre uns. Dann ist das vielleicht noch rabiater. Unfassbar, was hier eigentlich jetzt wieder abgeht, wie man das hier jetzt gerade rücken möchte. Wie die SPD jetzt ihr Überleben retten möchte. Also eigentlich Neuwahl. Und eigentlich müsste hier die AfD ja sitzen, weil die CDU übernimmt jetzt das wichtigste Thema mit der Migration, wo die AfD mit gepunktet hat, übernimmt jetzt die CDU als ihr, das ist unfassbar, als ihr Programm. Das muss das deutsche Volk auch so sehen. Eigentlich müsste da CDU und AfD stehen. Meine Meinung. Aber gut, wer hört schon auf mich hier, kleines Männchen. München. Die Umfragewerte der Ampelparteien befinden sich seit Monaten im Sinkflug. Auch bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen gab es Dämpfer für SPD, Grüne und FDP. Neueste Medienberichten zufolge soll in der Partei die SPD-Kanzler Olaf Scholz nun sogar das Gerüchtige Runde machen, die Koalition vorzeitig aufzulösen. So sollten Neuwahlen verhindert werden, wie die BILD berichtet. Statt einer Regierung mit Grünen und Liberalen so Scholz auf eine große Koalition mit dem CDU-CSU als Partner zu setzen, Friedrich Merz wäre dann Vizekanzler. CDU statt Grüne und FDP in der Scholz-Regierung. Ne, Scholz muss eigentlich auch weg. Auch katastrophal, wie der hier manche Bürger behandelt, wie der manche Auftritte, Bäckermeister oder Rentner quasi ins Gesicht lacht und der nicht mal weiß, wie hier Spritpreise und Lebensmittelpreise sind. Die leben doch alle in ihren anderen Welten. Meine, meine, ne? Er müsste seine Partei, ne? Ja, der muss ja auch mehr in seiner Partei bekommen, ne? Ist an diesen Willengerüchten etwas dran? Experten sind geteilter Meinung. Professor Jürgen Falter von der Uni Mainz erklärt gegenüber BILD, dass der Wechsel der Koalitionspartner für Scholz sicherlich in Anbetracht von allen anderen Streit ein aparter Gedanke sei. Aber umsetzen lässt er sich, so glaubt er, nicht. Selbst wenn Scholz den Plan etwas abgewinnen könnte, um so vielleicht länger Kanzler zu bleiben, spielt laut Falter wohl die Partei nicht mit. Scholz müsste für diesen Plan auch seine Partei und seine Fraktion gewinnen. Das halte ich für ausgeschlossen. Die Sozialdemokraten stehen den Grünen, ja, in vielen Fragen oder in allen Fragen, na, ist das, ne? Näher als die Union. Analyse ist Falter. Hier ist ein Merz mit Scholz. Die Hälfte der Deutschen wünscht sich laut Spiegel-Umfrage einen neuen Ampel-Koalitionsvertrag. Ne, eine neue Regierung. 7,5 Prozent oder vielleicht noch viel mehr, also 67 Prozent der Bevölkerung ist für Neuwahlen. Ja, die Ampel-Parteien klagen über ständigen Streit, doch dieser wäre laut Falteranalyse auch wohl zwischen SPD und CDU an der Tagesordnung. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, eine CDU in der Scholz-Regierung, einzige Chance sind Neuwahlen zu vermeiden. Auch Politexperte Professor Heinrich Oberreuther von der Universität Passau spielt das Szenario durch und hält es zumindest mittelfristig für nicht ganz ausgeschlossen. Zitat, zu gegebener Zeit wäre es die einzige Chance, Neuwahlen zu vermeiden, für die die SPD katastrophal ausfielen. Scholz könnte diese Strategie seiner Partei als Bestandserhaltung verkaufen, als Verbesserung der Ausgangsposition für 2025. Zitat Ende. Danach finden wieder Bundestagswahlen in Deutschland statt. Damit es wirklich zu einem Szenario kommt, müsste vorher eine weitere Destabilisierung Deutschlands passieren. Sein. Wird sowieso passieren. Als Beispiel nennt er Zuspitzen der Wirtschaftskrise. Unbeherrschbare Migration haben wir jetzt schon. Gar nicht mehr kalkulierbar. Die Clans kriegen wir gar nicht mehr eingefallen. Lass dir ein Bombenattentat auf eine Synagoge passieren. Ist Deutschland in nacktem Chaos. Kriegen wir vielleicht eine Krisenregierung. Das wird vielleicht eh passieren. Dann gibt es keine Wahlen mehr. Da wird alles hier kalt gestellt. Ich weiß nicht, wo das alles sich hier hin entwickelt. Ja, Bedrohungslage, Kriege, Israel und Ukraine. Wir haben ja auch noch die Ukraine-Krieg. Migrationsgipfel im Kanzleramt. Scholz und Merz suchen Anleger in der Asylpolitik. Dass eine Kooperation aus SPD und CDU aktuell durchaus funktionieren kann, wie weiß Scholz und Merz beim Thema Migration. Ja, eigentlich ist es halt auch Thema der AfD gewesen. Das ist eigentlich eine Frechheit, dass da nicht AfD und SPD oder CDU mit AfD. Ja, aber wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Und da wären wir die AfD, größte Oppositionspartei. Und dann wird dann weiterhin denen hier die Vertretung als Bundestagspräsident, Stellvertreter, wird dann weiter verhindert. Und sonstige Vorzüge einer Partei, die im Bundestag sitzt, diese Stiftungsgründung, das Stiftungsgeld, wird ja auch von den Allparteien verhindert. Seit 2017. Alles unfassbar. Beim Spitzengespräch am Freitag, 13. Oktober, mit dem Chef der Ministerkonferenz, Boris Reim, CDU und Stephan Weil, SPD, mit dem Kanzler war auch Merz vor Ort. Er nahm an dem Meer als zweistündiges Gespräch im Kanzleramt teil. Merz und Scholz hatten dabei zunächst vier Augen Gespräche geführt. Wenn man hier CDU, Asyl, Recherche, Maße angefordert. Und wenn man mal, ich halte mal wieder um. Ich halte mal, ich halte mal, ich halte mal, ich halte mal wieder um. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.